In meinen Träumen bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da, dank dir bin ich... So ihr lieben, Moment. Erstmal hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe euch gar nicht erzählt, wir waren ja letzte Woche Mittwoch im Krankenhaus nach dem Termin beim Frauenarzt. Und Lia hat sich gedreht, also der Kopf war unten. Jetzt waren wir gerade wieder im Krankenhaus und der Kopf ist wieder oben. Ja, ich bin jetzt in der 38. Woche, ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass sie sich jetzt wieder dreht. Ich habe jetzt einen Termin genommen in Ports, weil es jeden Moment passieren kann. Ich bin in der 38. Woche, ich will auch nichts riskieren. Ja, gut, dass ich die Überweisung letzte Woche nicht weggeschmissen habe. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie sich wieder nach oben gedreht hat. Die wollten eigentlich halt nur ein CTG machen. Und ich habe dann gesagt, nee, ich will auch einen Ultraschall, weil ich mir sicher gehen will, dass sie immer noch mit dem Kopf nach unten liegt. Weil ich habe halt gespürt, dass sie sich gedreht hat. Dann hat sie halt abgetastet und meinte, nee, der Kopf ist oben. Ja, und dann haben wir einen Ultraschall gemacht und der Kopf ist doch... Also die Frau, die das abgetastet hat, meinte, der Kopf ist unten. Und im Ultraschall hat man gesehen, der Kopf ist wieder oben. Ja, sie meinte entweder eine äußere Wendung, das möchte ich nicht. Und fragt bitte nicht, warum, wieso, weshalb will ich nicht. Kaiserschnitt will ich auch nicht. Entweder es wird eine Beckenendlage oder sie dreht sich halt nochmal, was ich nicht glaube. Und dann entbinden wir so. Ja, wir waren auf jeden Fall mit meiner Freundin bei Action. Ich wollte euch zeigen, was wir gekauft haben. Und zwar einmal für Lina. Eigentlich ist das für den Krankenhaus gewesen, aber die kann jetzt damit spielen. Das ist einfach Knete für zwei Euro. Nee, das haben wir bei WorldWard gekauft. Sorry, hier. Aber geh erst mal, ess dein Essen, bitte. Und ich mach das so lange auf, ja? Ja. Okay. Aber je mehr nicht. Tama. Also das war eigentlich fürs Krankenhaus, aber ist ja nicht schlimm. Ist nicht heiß. Das ist nicht heiß, Lina. Was? Du kannst das essen. Ach ja, das kann ich auch beim Kegel auch mal holen, Kegel. Dann hab ich gekauft, Lina Schorberlinge, danach. Dann hat Lina sich bei Action diesen Lolli ausgesucht für 1,99. Da sind glaube ich 13 Lollis drin. Können wir dann auch machen. Also sie durfte sich was aussuchen. Dann wurde es das und ein Elsa-Glas. Äh, Elsa-Becher mit Strohhalm. Der ist aber da auf dem Tisch. Also Leute, wenn ihr ein Gefühl in euch habt, dann geht dem Gefühl nach. Hätte ich das jetzt nicht... Also jetzt weiß ich wenigstens, sie liegt mit dem Kopf nach oben und die Füße sind unten. Und wenn was ist, dann muss ich direkt den Krankenwagen anrufen. Hätte ich jetzt weiterhin gedacht, ihr Kopf wäre unten. Jetzt würde ich keinen Krankenwagen rufen. Weil ich mir denken würde, da kann unten eh nichts rausrutschen. Wisst ihr, wie ich meine? Es geht immer eurem Gefühl nach. So sieht das aus. Das kann man aber wieder dran machen, oder? Oder nicht? Und ich wollte so gerne in Kalk entfinden. Lina, was machst du da? Ja. Nein. Na ja. Wenn man es nicht ändern kann, dann kann man es nicht ändern. Dann habe ich eine Kerze gekauft. Ich glaube, diese Kerze ist kaputt. Hier ist auf jeden Fall eine Glasscheibe drin. Nee, oder? Vielleicht wäre das auch von einer anderen Kerze. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich Kerzen gekauft, die richtig, richtig gut. Die kosten 1,79 Euro oder so, glaube ich. Wir haben die ja letztens auch mit Aula gekauft. Davon habe ich jetzt drei Stück mitgenommen. Und einmal das. Dann meinte... Ach so. Dann habe ich zwei Spardosen mitgenommen. Wir können irgendwie nur in dem Spardosengeld sparen, wenn dann. Und dann habe ich mitgenommen diese Wachs für die Giftlampe. Und das riecht voll nach meiner Parfüm. Und das riecht auch nach meiner Parfüm. Das tut man dann hier rein. Und dann kommt unten ein Teelicht rein. Ja, Schatz. Komm, mach erst mal das auf. Danach kannst du den Rest. Dankeschön. Und dann habe ich zwei Dosen Pringles mitgenommen. Das nehme ich mit ins Krankenhaus, Berliner. Dann zweimal Shampoo für den Körper. Jetzt einfach das einmal. Ist das für den Körper? Ich weiß nicht. Ist ja auch egal. Einmal das. Dann hat meine Freundin gesagt, dass die total gut sein sollen. Das sind so den Tour-Tabletts. Das soll man wohl in den Bad schmeißen. Gebissreiniger. Das Brause-Tabletten sind das. Das soll man in die Toilette reinschmeißen. Und dann wird die Toilette weiß. Das probiere ich jetzt aus. Und zum Schluss einen Kekse für Lila. Und ich habe noch was ganz Großes geholt. Das kann ich aber jetzt nicht zeigen. Wenn sie das jetzt sieht, dann wird sie das haben. Hier. So, jetzt kannst du spielen, ja? Ja, tschüss. Tschüss. Ich zeige euch das mal, wenn ich das zahlen kann. Moment. Ich tue mal die Spardosen weg. Hm. Ich muss das kurz rausholen hier. Das ist nämlich hier hingetan, damit sie das nicht sieht. Und zwar kriegt sie das von Lila als Geschenk. Das ist so ein Set. Sie kann auch sprechen. Und dann sind da noch zwei Buddies drin. Und das habe ich euch aber schon erzählt, ne? Das hat 24 Euro gekostet bei Ballwart. Ja. Und damit kann sie das spielen. Ja. Ja. Ach so, ja. Ich mache dir das jetzt auf. Dann hat sie gestern auf der Kirmes beim Entenangeln diese Pompons gewonnen. Ne? Ja. Und sie hat dieses ferngesteuerte Auto gewonnen. Und dieses mal kein Kuscheltier. Ne, Lina? So. So, soll ich dir die Knete aufmachen? Ach so, und sie hat noch das hier gewonnen. Stimmt, das ist doch ein Kuscheltier. Und das ist ihr Becher vom, äh, Action. Action. Und also. Wir waren bei Action, ne? Ja, keine. Ups. So. Bring mal, bring doch mal deine Knetsachen hier hin. Harte. Bring deine Knetsachen. Harte, ne. Wo sind deine Knetsachen? Da, hier. Nein, im Schlafzimmer. Deine Knetsachen, meine ich. Und da geht's nicht. Okay. 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 Ja, ich muss das doch kaputt machen, damit das aufgeht. Nein. Ah, ich sehe. Oh, ne, da, da, da. Ne, na, das wirst du jetzt eh auch machen. Harte an, nimm. Bring die anderen auf. Bring mal deine Knetsachen. So scheiße, wie das zugebracht. Ach, doch nicht. Oder doch. Nein, du nicht, bitte. Also an alle, die gesagt haben, ich habe doch gesagt, sie wird sich drehen. Da seht ihr mal, wie schnell sowas gehen kann, dass sie sich wieder zurückdreht. Ja. Du spielst hier. Okay? Ja. Nicht da. Wie spielst du hier? Ja, Bude. Ja, sonst fällt das alles auf den Boden. Ja, Hunde, Bude. Ja, sie, ähm. Sie spielt jetzt hier und dann mache ich Pizza heute. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und dann wollte ich euch zeigen Ich habe euch ja gesagt, dass ich will, dass Lila trocken wird Da haben wir jetzt endlich diese Unterhosen bekommen Das sind die hier Die zieht man dann nachts an Und das Kind spürt dann, wenn sie nass ist Also das ist jetzt so ein Fünferpack Einmal das mit so einem Einhornmuster Dann einfach in Lila Nochmal in Lila Ich habe jetzt 3 Plus bestellt Dann ist das hier mit Pferden Das ist übrigens von der Marke Mio Und einmal in Türkis Dazu gab es dann noch Diesen Spannweckleiten Der wasserdicht ist Den müsste ich dann unter Lina legen Beim Schlafen Genau Und da war auch noch Lina, wo ist das Heft, was hier drin war? Achso, ist hier noch drin Das ist auf jeden Fall von Bambino Mio Und die haben auch für Jungs natürlich was da Ich bin mal gespannt, ob wir das mit Lina schaffen werden So, wasserdichter Matratzenschutz Nutzen sie es als normales Bettlaken oder unter der Bettwäsche Natürlich weiche, saugfähige Baumwolle Atmungsaktiver Stoff ist bequem und hält Babys frisch Anti-Allergie Barriere gegen Hausstaubwäsen und andere Allergien Maschinenwaschbau und trockener geeignet Wann ich los? Mhm Ja, ich bin mal gespannt, wann Lina genau trocken wird Dann waren wir noch bei DM Unser DM im Kalkmacht Zoo Weil der jetzt neben Kaufland aufmacht Also wir ziehen um Wir waren bei DM Ich wollte eigentlich Shampoos kaufen Ich wusste, Pampers und so gibt es eh nicht mehr Ja, ich wollte für mich Shampoos kaufen Aber das wurde dann wohl nichts, weil alles weg war Aber ich denke, also wir haben uns mit Augen gedacht Als ob die Leute seit gestern alles mögliche weggekauft hätten Die haben das bestimmt alles, was teuer ist Zum Beispiel hätten die Schulters und so haben die bestimmt auf Seite Also in den Lager Und zwar haben wir da einmal für Lina und Lea Babybutton Ich will ja das benutzen Das haben wir einmal komplett voll zu Hause Aber haben wir dann mitgenommen Aua Das war ein Tritt Dann einmal Schaumbad, Wind und Wetter Also darauf gab es dann nochmal 20% Ich habe echt nicht viel gekauft Dann fürs Krankenhaus Traubenzucker Das habe ich noch gebraucht Für order von Baleo So ein Baleo Baleo Auch total viele Wie kannst du noch kochen? Leute, ich fühle mich Wirklich so, als ob ich noch im 6. Monat schwanger wäre Mir kommt das so vor, als ob ich noch Keine Ahnung, wie viele Monate vor mir habe Obwohl es eigentlich schon in 17, 18 Tagen soweit wäre Wir haben jetzt den 8.7 Genau Ja Meine Mutter ist ja voll gegen eine äußere Wendung Also sie sagt ganz strikt und klar Ne Mach das nicht So, unsere Broadmas Box ist da Und Lina zeigt euch jetzt, was drin ist Was ist das? Das Das ist Tee Ah, Tee Und das? Was ist das denn? Mama Pfeffersauce mit Knoblauch Ah Vorsicht, das ist Glas Biermischgetränk An der Baba Ah, okay Was gibt's noch? Ist da noch was? Ja, da ist noch was Was ist das? Mama Das ist ein Riegel Koffeinriegel Suppe Vorsicht, Lina Kalt oder warm genießen Feuriges Gaspacho Madi Tadam Doch, da ist doch noch Das ist auch Bier, oder? Also das hier ist Johannisbeere Ist auch Bier Bierli Nein, das ist was anderes Gammel Oblansch 41,5% Alkohol Was ist das denn? Soja Krise Voll die unnötige Box Ah, das sieht aus wie letztes Mal, Schatz Was ist das? Mango Senf Mit rotem Kampottpfeffer Was ist das? Marmelade? Ja Low Carb Waldfrucht Das ist das einzige, was mir gefällt Gibt's die Mäpse? Ja, das ist nicht So ihr Lieben Wir sind jetzt Zuhause Also ich hab euch ja Lina hat euch gerade die Brandness Box gezeigt Und Frutkan ist jetzt da Nach wie vielen Jahren Wo machst du das jetzt mal hier? Das muss doch eine Genau Ähm Ja Ich werde jetzt die Küche aufräumen Bei uns gab's heute Oh Lobofen Tortellini mit Mozzarella Und Bei Lina gab's hier Nudeln von gestern Sie wollte Nudeln essen Nee, das ist jetzt hart geworden Lina Das muss ich jetzt wegschmeißen Ja, sie wollte keine Tortellini essen Sondern Nudeln mit Tomatensauce von gestern Bei uns gibt's das jetzt total selten Also vielleicht einmal im Monat Ich rei jetzt aber die Küche auf Und dann Ähm Gehen wir kurz einkaufen Ich hab euch gerade Ich hab euch erzählt Dass Lina jetzt langsam trocken wird Also ich stresse sie nicht Aber sie wird jetzt langsam Trocken Sie hat halt schon Sie hat halt nur einmal In die Unterhose gemacht Sonst war sie auf Klo Frutkan hier Kannst du so nehmen Sonst schmeckt das nicht kalt Pass aber nur auf Musst du gerade tragen So, weil wir jetzt so Lust hatten Auf einen Döner Haben wir zwei Döner gekauft Frutkan und ich Und Lina bekommt Also Lina nimmt sich eigentlich immer Suppe Ja und die Getränke mussten wir nicht zahlen Total lieb Also zwei Pantei Exotik Und ein Durstlöcher Ja egal Komm nimm deinen Löffel Dann essen wir Das ist kaputt Aber Lina Lina rückt da Lina nicht so Das so geht alles kaputt Die Karawane zieht weiter Der Sultan ist durch Der Sultan ist durch Der Sultan ist durch Die Karawane zieht weiter Der Sultan ist durch So ihr Lieben Ich zeige euch mal ganz kurz Was wir alles gekauft haben Das sieht voll rot aus Ich bin auch ungeschminkt Also Lina wird hier jetzt Hoffentlich mindelfrei Sie hat heute nur einmal In die Hose gepisst Habe ihr aber noch mal erzählt Und Okay Jetzt hat sie ihre Pampas an Weil wir kurz draußen waren Gleich kriegt sie eine neue Weil die natürlich dann schlafen geht Also sie Um 8.30 Uhr Geht sie schlafen Und das ist In zweieinhalb Stunden Ja Ja das ist Essen Genau Deswegen Da dachte ich mir Jetzt ist es unnötig Wenn ich jetzt für zwei Stunden Dinge kann machen Ja Ich wollte jetzt kurz mal zeigen Was wir geholt haben Also Fulkan hat für Lina Zweimal Milka mitgebracht Davon hat sie glaube ich Ein halbes schon gegessen Dann habe ich Unterhosen mitgenommen Und Unterhemden Einmal von Paw Patrol Sie guckt das zwar nicht Aber Es gab jetzt nur noch die hier Und einmal Hello Kitty Die haben jetzt jeweils 5 Euro gekostet 4,99 Da sind drei Stück drin Ja Schatz Bei den Unterhänden sind zwei Stück drin Da habe ich auch einmal Hello Kitty Und einmal Mini Maus Ja also Unterhänden braucht sie auf jeden Fall Jetzt in der kalten Jahreszeit Ich habe die jetzt einfach so mitgenommen Aber ich denke mal Wir in den Zaun oder so gehen Kommt da nochmal welche mit Weil es ja Black Friday Ich weiß gar nicht Da machen auch einige Leben mit Dann zweimal Eistee Einmal Strohne Einmal Pfirsich Zwei Mal Sekundenfeber Achso Dann hat sie sich die hier ausgesucht Diese Balabalas Dann Hefekuchen Schnecken mit Creme Ich bin mal gespannt Wie die schmecken Einmal das Einmal Schokobrötchen Und eine Cola Und Lina hat sich noch Ein Shampoo ausgesucht Wo ist dein Shampoo Lina? Unter deiner Jacke ne? Unter deiner Jacke Ja in deinem Auto Und das nimmt sie eigentlich immer mit Die Kosten 9,90 Cent Das ist viel günstiger Wie wenn man eigentlich Immer Badezusätze mitnimmt Und mein Bauch ist gerade richtig hart Also Es sind ja nur noch 16 Tage glaube ich Und so wie es aussieht momentan Werde ich Ach ich habe Bilder bestellt Und die kommen jetzt endlich morgen Ich hoffe wir sind in der Zeit zu Hause Ähm ja Das wollte ich jetzt sagen Ich denke mir so Das hat einen Grund warum Lina so liegt Ein Kind liegt nicht unnötig Mit dem Kopf nach oben Oder mit dem Kopf nach unten Vielleicht will es Gott so Und ich will mich auch nicht dagegen Ähm Wehren Neussere Wendung Ähm Werde ich glaube ich nicht machen Spontan Vielleicht dreht sie sich ja auch noch Man sollte nie aufgeben Das Problem halt Im Krankenhaus Manche leben brauchen Plan A Und wenn das nicht klappt Dann haben wir immer noch Plan B Aber ich glaube Ich warte jetzt einfach ab Wenn sie sich dreht Dreht sie sich Wenn nicht Dann wird es eine Beckenendlagengeburt Und wenn das mit der Beckenendlagengeburt nicht klappt Dann wird es ein Kaiserschnitt Und dann kann ich auch nichts dran ändern Und gut ist Mir jetzt den Kopf zu zerbrechen Für Das alles Und dann kommt es sowieso Es kommt ja nie So wie es geplant ist Deswegen lohnt es sich einfach Durch den Kopf zu zerbrechen Klar hat man Angst Ich habe auch geweint Ähm Wo die Ärztin gesagt hat Dass es Kind sich wieder zurückgedreht hat Aber Das ist einfach diese Enttäuschung Weil die Hebamme Mich abgetastet hatte Und gesagt hat Oh ihr Kind liegt immer noch Mit dem Kopf nach unten Und ich meinte zu ihr Nein Die Füße sind unten Ich spüre das hier Wenn sie tritt Und sie meinte Nee nee Der Kopf ist auf jeden Fall unten Dann hat sie Ähm Noch eine Hebamme geguckt Und sie meinte auch Ja der Kopf ist unten Weil der Kopf halt Ne härter ist Sonst wird man das oben spüren Ja und im Ultraschall Hat man dann gesehen Dass ich recht hatte Also immer auf eure Muttergefühle hören Nicht auf andere Leute hören Auch wenn es ein Arzt ist Und ja Voll viele versuchen mir Einen geplanten Kaiserschnitt einzureden Ich habe Ähm Nach der Meinung gefragt Wie man das findet Ich finde es schön Wenn man die Meinung sagt Aber wenn man dann versucht Jemandem irgendwas einzureden Ja mach das doch einfach Dann hast du deine Ruhe Und äh Das bringt bei mir nichts Also ich frage sehr gerne Nach den Meinungen Ich liebe es auch Ähm Zu erfahren Wie es bei euch war Aber am Ende Entscheidet doch jede Mutter selbst Und das ist auch gut so Ja ich werde jetzt hier Ein bisschen aufräumen Äh Die Teller uns habe ich schon gewaschen Die müssen nur noch eingeräumt werden Das ist auch so eine Sache Wo man mir sagt Ich gucke nicht sehr gerne Aber Kauft ihr doch einen Trockner Und eine Spülmaschine Lass das doch bitte mein Problem sein Ein Trockner Das ist das Unnötigste auf der Welt Finde ich Meine Meinung Ähm Und eine Spülmaschine Und eine Spülmaschine lohnt sich bei uns nicht Wir kriegen gar nicht so oft Besuch Also bei uns würde sich die Spülmaschine Alle Teller Besteck Und sonst was Wisst ihr Deswegen lasst es jedem so Lasst es jedem selbst entscheiden Was er zu Hause hat Und was nicht Ja So Ich räume jetzt alles ein Und dann Gucken wir mal was wir machen Gucken wir mal was wir machen All your emotions with your heart on your sleeve It won't fade until you paint it black I let it burn you call the fire brigade But I feel that it will come back Oh where does it come from 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 Oh where does it come from